Jawoll, alle drei sauber. Sehr hübsch. Läuft gut. Hübschi, hübschi. Sehr cool. Dann schauen wir mal hier rein. Sehr cool. So viel dazu. Nehmen wir. Und heute drehen wir doch mal hier eine Runde. Den Krümpel brauchen wir natürlich nicht. Schöpfe. Das war's. Glocken, viel mehr davon. Oh, alle drei Schrott. 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 Und Feierabend 34. Krassig, no ja. Oh, alle drei Schrott. Oh, so richtig viele Glocken haut der hier nicht aus. Ach, kaputt. Prima. So, Spielwechsel. Dann gibt es hier mal ein Ründchen. Naja, das ist ja nicht gerade das Beste. Und dennoch noch eine Verlängerung. Nächster Symbol. Was verlüpft jetzt los? Oh, dann sieht schon das aus. Oh, das ist ja nicht gerade das Beste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und letztes Beispiel. Bleibt dabei. 380. Damit können wir leben. Dann schauen wir uns mal hier ein paar Runden an. Das geht's. 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 Und wir schauen mal hier rein. Das geht's. 0. 4. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2. 3, 2, 1. ramar. 2 . Das war's für heute. Und die Nummer 15. Bleibt dabei. So, dann schauen wir mal hier rein. Boah, Geizkragen. Einmal nix. So, dann gibts hier mal fünf. Oh, schön. Boah, Geizkragen. Boah, Geizkragen. Boah, Geizkragen. Boah, Geizkragen. Boah, Geizkragen. Untertitelung des ZDF, 2020 No more phones! Okay, dann drehen wir mal hier runter. So, jetzt auch ein bisschen was. Krass! 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 Schaffen tut es aber nicht. Nummer 4. Nummer 4. Ja, schön duftig. Na, sehen wir hier noch was vernünftigt. Schade Mann ey, Geizknochen. Schade Mann ey, Geizknochen. Tja, das Ergebnis ist dasselbe, schon sind wir wieder unten, wieder mal nischt zu holen. Dann gibts hier ne Runde 2 Euro Einsatz. Das ist ja mal eine klickliche Nummer hier. Na Wahnsinn. So, dann mal ne Runde T-Zona. 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 So, langsam könntet ihr mal vernünftige T-Zona hier. So, dann mal ne Runde T-Zona. Was ist hier drinne hier, so eine Mistkiste, wollen wir wenigstens hier probieren. Ohhhh! Das war's für heute. soviel dazu so dann gibt es hier mein wünschchen sehr schön muss er noch mal kommen soviel dazu 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wow Alter, wo bin ich hier rein? Einmal voll Untertitelung. BR 2018